Hallo zusammen, ich bin Stefan Weissenberg und mache Skills Development bei Brose Bamberg und auch bei den Brooklyn Nets. Und auch ich habe heute eine Übung für euch. Ich möchte euch gerne Glides vorstellen und mit euch üben. Wenn ihr die besten Spieler der NBA oder wo auch immer anschaut, dann werdet ihr oft sehen, dass die über das Spielfeld tänzen und nicht immer geradeaus laufen oder zur Seite laufen. Und dieses Gleiten, diese Glides, möchte ich mir mit euch anschauen. Natürlich sind die immer mit einem Dribbling verbunden, und zwar die einfachste Version vor dem Körper. Also ihr seht, meine Beine machen immer diesen tänzerischen Rhythmus. Tänzeln von rechts nach links. Dann kann man dazwischen auch ein Dribbling machen, so wie jetzt. Oder ein zweites. Das Gleiche kann man natürlich auch mit Dribblings durch die Beine machen. Glide, ein Dribbling, ab und rüber. Dann mache ich wieder ein zweites. Eins, zwei, hopp, eins, zwei, wieder vor dem Körper. Eins und rüber. Eins, rüber, zwei, rüber, zwei, rüber, zwei, drei. Wieder durch die Beine. Und wieder mit dem zweiten Dribbling. Wer will, kann auch Glides hinter dem Rücken versuchen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber auch die funktionieren. Und auch die werden die bei den letzten Spielern der Welt sehen. Viel Spaß beim Üben.